Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Du musst mal fragen, ob die... Weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren oder was? Nee, 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 wir bleiben hier, kein Problem, geht gleich los. So, Vorsicht, meine Damen und Herren, Vorsicht. Wichtiger Hinweis, sie brauchen den Mügellicht festhalten, wenn der reißt, dann reißt der. Das ist vielleicht mal so ein Tipp, dann können sie die Fahrt besser genießen. So, wir suchen mal aktuelle Musik raus, in der Kalitze, kleinen Moment. Schaukeln ist nicht erlaubt. Bitte nicht schaukeln. Bitte nicht schaukeln. Danke. So, was soll man hier, was ist denn das? Oh, guck mal, wie die alle ihre Handys, schön Foto machen. Datenschutz gibt's hier überhaupt nicht, oder was? In Germany ist das ein big Problem, wenn in Deutschland da irgendwie jemand Filmzeit ist ein... Oh, der hat mich gefällt, Anzeige ist raus! Einsteigen, zusteigen, dabei sein. Zu. Hallo, können Sie den Bügel bitte ganz lassen? Danke. Ah, schön! Das Karussell war teuer, der Bügel alleine kostet schon über 200 Euro. Wenn Sie ihn kaputt machen, zahlen Sie das. Oh, schade! Lassen Sie den Bügel bitte ganz, nicht? Oh, guck mal, da nimmt jemand auf, Sie kommen ins Fernsehen, ohne dass Sie gefragt werden. Ist das nicht toll? Geil, jetzt hab ich den ganzen Schnitt versaut, ja. Geil Nummer 8, bitte schließen und dann geht's los. Ich höre gerade, wir können starten. Ah, zwei können noch mit, ich hab noch zwei Plätze frei, vielleicht will der Kameramann mitfliegen wollen Sie mitfliegen mit der Kamera, oder ist dann eher so, nicht so wie ein Ding. Wenn das Ding hält, kannst du probieren, dein Glück. Wenn das hält, wenn du meinst, hm? Ich weiß nicht, also da müssen Sie den Fachmann fragen, ich bin keiner. Oh, schade! Würdest du besser da lassen, ich weiß nicht, 80 Meter, 120 km, ist schon ein bisschen schnell. Ach, komm, wir nehmen mal mit, wir sind ja nett. Ne, dazu kommen wir wahrscheinlich auf uns Fernsehen. Ah, schön! Ja, so, Grüezi Fix, äh, Freunde! Servus! Grüezi! Und Talon! So, daher bitte Kamera schön festhalten, das Ding, ne? Nicht runterfallen lassen, das Teil ist bestimmt teuer gewesen, ne? Läuft übrigens automatisch, wenn irgendwie etwas passiert, ja, dann ist das Ihr Problem. So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, ja. Okay, wir können loslegen. Achtung! 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 Hier spricht der Kopf! Hast du auf Aufnahme gedrückt, du musst mir sagen, wenn's losgeht, dann, achso, du filmst das, da kommt noch jemand, können wir noch mitnehmen, die mit dem Mikrofon, die können wir noch mitnehmen, die will das live aufzeichnen wahrscheinlich, den Quatsch. Tja, sicher, die setzen wir jetzt neben dir und dann, vielleicht wird's ja auch lustig. Ist sie sowas schon mal gefahren? Die sieht nicht so aus, als wäre sie schon mal sowas gefahren. Oh, Scheide! Vielleicht filmst du sie und stellst das rein, da gibt's jede Menge Klicks für normalerweise. So, hast du das Mikro nicht mitgenommen, wa? Ah, sie brauchen Platz zum Schreien. Ah, schön! So, meine Damen und Herren, jetzt könnten wir aber eigentlich anfangen. So, Achtung! 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 Ja. Such grad noch die richtige Musik. Uno, momento, par favole. Achtung! Ja, äh, genau. Achtung! Hier spricht deine Mutter, komm sofort nach Haus, es gibt's zu essen. Achtung! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord! Achtung! 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 Ne, das ist kacke, wir nehmen was anderes. Warte, wir nehmen mal was richtig tolles hier, so. Achtung! Ladies, ladies, gentlemen, alle Damen und Herren, sind für die sind die schweizerischen Blumen. Achtung! Ist auch scheiße! Hallo, junger Mann, nicht schaukeln! Bitte nicht schaukeln! Nicht schaukeln! Nicht schaukeln! Nicht schaukeln! Nichts! Nein, Gegenteil von schaukeln ist nicht schaukeln! Danke! Achtung! Ich sag auch nochmal warum, wenn sie zu viel schaukeln, könnte es unter Umständen passieren, dass sie Ketten reißen. Für mich ist das okay, für sie weiß ich nicht. Achtung! 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 Ich bin für Service und Qualität! Da fangen wir mal an! So komm! Achtung! 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 Ich kann mein Haus von hier aus sehen. Und vielleicht Italien, wenn es richtig gut läuft. Ich finde, das ist okay. Ach, da grüßen wir die Polizei. Hallo, Polizei. Servus. Grüezi. Und hallo. Für die Sicherheit, meine Damen und Herren. Ah, schön. Dann haben wir es doch mal mit richtig gutem Ohren. Ach nee, geht ja gar nicht. Es gibt ja gar kein Looping. Ah, schön. Ah, schön. Wir landen. Wir landen. Letzte Kurve. Wir landen. Wir landen. Ende. Himmel. Na, hast du alles auf Kamera? Das war's. Oh, schade. Ach, sie können ja nochmal wiederkommen. Ah, schön. Siehste. Hat alles wunderbar geklappt. Wir bedanken uns für uns mit Flügel. Tschüss. 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 Wir landen. Wir landen. Vielen Dank, dass Sie mit uns geführt sind. Wir haben Sie uns bald wieder. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß auf Ihrem Festplatz. Tschüss. Tschüss. Machst du das gut? Ja, ich bin mächtig stolz auf Sie. Oh, schade! Ich meine hier. So, na, lebst du noch? Mit dem Mikrofon hast du nicht mitgenommen. Ja, 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 ja. Wir machen eine Reportage.